Willkommen bei sozial und fachlichem Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Notfahrtage und Mindestausstattung ohne die DIN-EN. Also die ganz normale Mindestausstattung sind zum Beispiel Binden, Kompressen, also für Krankmagen, Rettungsbaden, Binden, Kompressen, Wundpflaster, Dreieckstuch, Rettungsdecke und eine Schere. Dazu kommen noch das Desinfektionsspray, Staubbinder, Flexüle, Blau, Rosa und Grün, ganz wichtig, Dreiwegehahn, Stoffen, Blau und Rot, Infusionssystem, Fekirpflaster, Kontamidbehälter, stimmt, ich bin schon ein bisschen raus aus der Branche, Ich habe das aber mal gelernt, die Ringerlösung, aber auch nahezu 500 Millimeter, Milliliter. Allgemeines dazu ist das Blutdruckgerät für Erwachsene, Stethoskop, Sauerstoffbrille, Sauerstoffmaske und Einmalhandschuhe. Zur Beatmung gehört der Beatmungsbeutel, der Beatmungsfilter und Beatmungsmasken mit einem Güte-Turbus. Das war zum Thema Notfalltage, Mindestausstattung ohne die DIN für Rettungswagen, Krankenwagen, was mindestens drin zu sein hat. Im Rettungswagen hat natürlich bedeutend, in der drin zu sein, in einem Kinder-Notarztwagen hat wiederum andere Dinge drin zu sein, aber das ist wie die Menschenrechte bindend, was ich jetzt hier vorgelesen habe. Ja, dann viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss.